Wie denkst du über die koreanische Karte? Bitte erzähl dir etwas über die koreanische Menschen. Ich bin überwältigt. Ich bin begeistert, wenn ich das jetzt gesehen habe. Ich muss sagen, wow! Ich habe nie, nie gedacht, dass ihr so weit seid. Es ist toll! Und mein Wunsch ist, eventuell nächstes Jahr mit Professor Christa Menzes mitzukommen nach Korea. Ja, richtig! Und ich denke auch, ich finde es grossartig, in welcher Geschwindigkeit ihr und mit welcher Disziplin und mit welcher Leidenschaft ihr das alles vorantreibt. Ich finde das grossartig und ich wünsche wirklich, wirklich alles Gute für die Zukunft. Ich denke, wir hier in Europa können uns ein grosses Stück abschneiden und euch als Vorbilder ansehen. Das ist wirklich toll! Oh, thank you! Auch wir können von Ihnen viel lernen. Sehr viel lernen, ja. Oh, thank you so much! Tschüss! 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 Komm, lass die Musik zurück! Tschüss! YKT Tschüss! Töger?